Zahnimplantate sind heutzutage eine der beliebtesten Optionen, wenn es um den Ersatz fehlender Z-Achnee geht. Im Vergleich zu anderen Maglichkeiten wie Bra-1-Viertel-Zeken oder Prothesen bieten Zahnimplantate eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Wahl FA-1-Viertel eher viele Patienten machen. In diesem Video werden wir uns genauer mit den Vorteilen von Zahnimplantaten gegen eine 1-Viertel BER anderen Optionen befassen. 1. Nata Uxinellias Osarische Aesthetik Einer der GAA-ITEN Vorteile von Zahnimplantaten ist ihre nata-1-Viertel-Riche Aesthetik. Im Gegensatz zu Bra-1-Viertel-Zeken oder Prothesen, die oft K-1-Viertel-ennästlich aussehen und sich anvereinviertelern kannähen, sehen Zahnimplantate aus und funktionieren wie nata-1-Viertel-Riche Z-Achnee. Sie sind fest im Kiefer verankert und bieten daher eine ästhetisch ansprechende Lassung FA-1-Viertel eher den Ersatz fehlender Z-Achnee. 2. Langfristig Lassung Zahnimplantate sind eine langfristige Lassung FA-1-Viertel eher den Ersatz fehlender Z-Achnee. Im Gegensatz zu Bra-1-Viertel-Zeken oder Prothesen, die alle paar Jahre ersetzt werden MA-1-Viertel-SN, kann ihn Zahnimplantate ein Leben lang halten, wenn sie Ordnungs-GEMA-Ei gepflegt werden. Dies macht sie zu einer kostenge-1-Viertel-Entstiegen-Option auf lange Sicht. 3. Erhaltung der Knochenstruktur Ein weiterer wichtiger Vorteil von Zahnimplantaten ist, dass sie die Knochenstruktur im Kiefer erhalten. Wenn ein Zahn fehlt, beginnt der Knochen in diesem Bereich abzubauen, was zu einer Verschiebung der umliegenden Z-Achnee und einer Verandierung der Gesichtsstruktur FA-1-Viertel rennen kann. Durch die Implantation eines Zahnimplantats wird der Knochen stimuliert und somit der Abbau verhindert. 4. Verbesserte Funktion Zahnimplantate bieten eine verbesserte Funktion im Vergleich zu anderen Optionen. Da sie fest im Kiefer verankert sind, kann ihn sie wie natte einviertelriche Z-Achnee kauen, sprechen und sich bewegen. Dies ärmer glicht es den Patienten, ihren Alltag ohne Einschränkungen zu genialen. 5. Keine Beeintrastigung der umliegenden Z-Achnee Im Gegensatz zu Bra-1-Viertel-Zeken erfordern Zahnimplantate keine Beschleifung der umliegenden Z-Achnee. Dies bedeutet, dass die gesunden Z-Achnee intakt bleiben und nicht unartig beeintradstickt werden. Zahnimplantate sind daher eine schonende Option FA-1-Viertel-Lehr den Ersatz fehlender Z-Achnee. 6. Hohe Erfolgsquote Zahnimplantate haben eine hohe Erfolgsquote und bieten eine langfristige Lassung FA-1-Viertel-Lehr den Ersatz fehlender Z-Achnee. Mit modernen Technologien und fortschrittlichen Materialien sind Zahnimplantate heute sicherer und effektiver als je zuvor. Dies gibt den Patienten die Gewissheit, dass sie eine dauerhafte und zuverlassige Lassung FA-1-Viertel-Lehr ihr Problem erhalten. Zusammenfassend bieten Zahnimplantate eine asthetische, langfristige und funktionelle Lassung FA-1-Viertel-Lehr den Ersatz fehlender Z-Achnee. Im Vergleich zu anderen Optionen wie Bra-1-Viertel-Zeken oder Prothesen haben Zahnimplantate eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu einer beliebten Wahl FA-1-Viertel-Lehr viele Patienten machen. Wenn sie A-1-Viertel-Behr legen, fehlende Z-Achnee zu ersetzen, sollten sie die Vorteile von Zahnimplantaten in Betracht ziehen und einen Facharzt konsultieren, um die beste Option FA-1-Viertel-Lehr ihre individuellen Bäder-1-Viertel-Lehrfnisse zu finden.